So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und ganz fix, wir müssen euch unbedingt was zeigen. Guckt mal hier, ich gucke in die Nearby-Liste, was sehe ich da? Nichts, aber Pupsi hat gesagt, die Raid-Einladungen sind da. Hast du eine Lobby aufgemacht? Pupsi hat nämlich mal geguckt am Bahnhof, wenn sie in die Lobby geht, dass sie jetzt einladen kann. Level 40 Spieler können das. Und das habe ich eben schon gesehen, da war hier unten nämlich plötzlich diese Nearby-Liste orange. War komplett orange und man hat dann einfach gesehen, dass irgendwas anderes sein soll. Ausgerechnet jetzt geht natürlich das GPS wieder weg. Jetzt seht ihr hier, es ist auf einmal orange und wenn ihr hier drauf geht, seht ihr Super Sani, Bahnhof Hildburghausen. Und da zählt jetzt eine Zeitrunde, das müsste die Lobby-Zeit sein. Und wenn wir hier drauf drücken, wirft es uns zum Bahnhof, zur Arena. Ihr seht, jemand ist drin, kämpft. Wir könnten mit dem Fan-Raid-Pass jetzt auch hier eintreten. Sind zusammen mit Super Sani in diesem Raid. Also egal wo sie ist, egal wo sie gerade kämpfen würde, wenn sie mir über die Freundschaftsliste sozusagen eine Einladung schickt, kann ich da rein, kann ihr helfen. Und das Gute ist, wenn ihr seht, ihr seid nur zu zweit. Es kommt keiner mehr dazu, ihr schafft das nicht. Ihr könnt die Lobby einfach wieder verlassen. Und ihr bekommt euren Raid-Pass zurück. Ich kann euch das auch jetzt nochmal hier zeigen. Wir haben jetzt hier, wo steht's? Drei Fan-Raid-Pässe, wie gesagt. Ich geh nochmal fix drauf. Jetzt zeigt's hier 24 Sekunden. Ich versuch nochmal hier mit rein. Sie ist jetzt nicht, also ich kann jetzt nicht mehr zu ihrer Lobby mit rein. Es gibt keine Gruppe mehr. Aber ich kann ja selber mit einem Fan-Raid-Pass, jetzt ist der Raid auch noch weg, egal. Ich wollte euch nur zeigen, dass der Raid-Pass auf jeden Fall nicht verloren geht. Denn das ist auch gleichzeitig umgesetzt worden jetzt. Da haben einige auch gefragt, was das bedeutet, was das sein soll, wenn ihr wirklich jetzt eine Lobby aufmacht und keiner weiter dazukommt. Oder ihr seht, da steht 10 Leute sind in der Lobby und in dem Moment, wo ihr dazustoßen wollt, startet aber den ihre Runde und ihr seid plötzlich alleine drin. Der Pass wäre normalerweise weg. Ihr würdet alleine dastehen, hätte die Arschkarte jetzt aber eben nicht mehr. Jetzt könnt ihr einfach immer eine Lobby aufmachen, gucken, ob Leute dazukommen, aus der Ferne, sonst wo, wie auch immer. Und wenn keiner dazukommt, könnt ihr die Lobby wieder verlassen und habt den Pass nicht verschwendet. Der wird nicht verbraucht. Er wird erst verbraucht, wenn das Go-Zeichen kommt und ihr im Kampf seid, im Raid-Kampf. Erst dann zählt der Pass. Vorher könnt ihr in die Lobby reingucken, wie ihr möchtet. Und das wurde jetzt auch bekannt gegeben, also mit den Einladungen. Dann können wir euch hier nämlich mal zeigen. Also Go-Games hat vorhin hier was veröffentlicht wegen Krypto-Mewtwo und den Raid-Einladungen, dass die ganz kurz vor der Veröffentlichung stehen. Das war also sehr interessant. Dann haben sie noch ein paar Sachen zu Krypto-Mewtwo, ob das dann halt wirklich besonders aussieht und eine besondere Form hat oder ob es einfach nur rote Augen hat. Spekulationen waren da, natürlich, dass das dann das heftigste, brutalste Pokémon wird. Auch für PvP, auch für die Meisterliga. Und so schnell ging es. Vorhin kam der Artikel und plötzlich haut Niantic auf Twitter einfach eine Meldung raus. Und das ist nämlich jetzt richtig krass. Darauf haben alle gewartet. Ihr könnt also jetzt wirklich, also Level 40 Trainer erstmal, aber wir haben gesehen, bei anderen Sachen war es ja auch so. Das wurde für Level 40 freigeschalten und eine Stunde später war es schon für Level 35 oder so. Ihr könnt jetzt in eine Lobby gehen. Wenn ihr in der Lobby seid, könnt ihr in der Lobby über einen Extra-Button bis zu fünf Freunde einladen. Und die haben dann, ich glaube, 30 Sekunden Zeit, beziehungsweise stand da, sie haben 30 Sekunden Zeit, das anzunehmen. Aber wir haben ja gesehen, als wir die Einladung von SuperSani gesehen haben, es wurde dahinter die Lobbyzeit angezeigt, sozusagen. Also wahrscheinlich sehen wir, dass wir eingeladen wurden und haben die komplette Lobbyzeit über Zeit da noch mit beizutreten. Und egal, wo ihr seid, über einen Fan-Raid-Pass, wenn ihr einen habt, wird das dann so natürlich mit reingezählt. Ihr könntet jetzt einfach, wenn ich einen Raid mache, könntet mir dazustoßen. Wenn ihr irgendwo einen Raid macht, ich kann euch helfen, ihr könnt mir helfen, ihr könnt euch gegenseitig helfen. Also das Feature ist da. Ich glaube, die Leute drehen jetzt auf jeden Fall durch. Das ist ein Highlight, das ist das Highlight des Abends. Und morgen ist der 16.07., morgen der große Tag, Rams ist der Dicke. Das ist mein Geburtstagsgeschenk für euch. Weil ich morgen Geburtstag habe, habe ich noch schnell die Fan-Raid-Einladungen rausgehauen. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, ihr feiert das. Trinkt einen auf mich. Ich trinke einen auf euch. Natürlich ist es dumm. Jetzt ist die Raid-Stunde um. Da hätte man das vielleicht nutzen können. Aber mal gucken. Ich glaube mal, das Postfach wird dann klingeln. Viele werden da anfragen. Jo, kannst du mich einladen? Kannst du mich einladen? Und ich mache eigentlich jeden Tag drei Raids nach Absprache. Wie gesagt, könnte ich da ein paar Leute einladen, wenn die Zeit haben, dass sie da mitziehen. Dass sie da auch was machen können. Gerade Dorfspieler, Leute, die da keine Möglichkeit haben. Wir werden das alles mal ein bisschen testen. Wir werden das Feature ausnutzen. Bis zum geht nicht mehr. Probiert es mal aus. Wenn ihr schon jemanden habt, der euch einladen kann oder so, probiert es aus. Habt Spaß damit. Das war es von meiner Seite aus. Danke Pupsi auch fürs Bescheid sagen. Und dass sie mir gerade geholfen hat und dass sie das hier gezeigt hat mit dem Video. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.